Wir machen weiter in der ersten Nachmittags-Session. Wir wechseln in die Welt der OGC-Standards, der Standardisierung, der Prüfung von den Standards, der Einhaltung, Referenzimplementierungen. Wir starten mit einem Vortrag von Dirk Stenger, von der Firma LATLONG, wenn ich es richtig recherchiert habe. Dirk ist zugeschaltet per Remote-Videoschaltung, ist oben auch schon für uns alle zu sehen. Mich sieht er nicht, aber ich stehe quasi ein paar Meter unter ihm. Hallo Dirk. Wir werden was hören zu der Team-Engine, also einem Tool, was quasi zum Testen von OGC-Implementierung ist, also WFS, WMS-Services und so weiter. Schön, dass du da bist, Dirk. Die Bühne ist dein. Hallo allesamt, mein Name ist Dirk Stenger. Ich komme von der Firma LATLONG. Leider konnten wir nicht anreisen zu der diesjährigen FOSCIS, können aber zum Glück den Vortrag Remote halten. Der Titel meines Vortrags, Team-Engine-Vorstellung der neuesten Test-Suits für OGC-Standards wie OGC-API-Features und Geo-Tiff. Der Vortrag beschäftigt sich vor allem mit dem Validierungstool des OGC, Team-Engine. Und wir als LATLONG betreuen dieses Tool und sind für die technische Weiterentwicklung und technische Pflege zuständig. Erstmal die Agenda für heute. Also erstmal erzähle ich ein bisschen, was ist Team-Engine überhaupt? Was sind die OGC-Test-Suits? Welche Test-Suits gibt es? Die Team-Engine ist gerade dabei, ein volles US-Geo-Projekt zu werden. Da gebe ich einen kurzen Chartes-Update. Erzähle dann noch was über die aktuelle Entwicklung im Team-Engine-Projekt in den Test-Suits. Gehe dann auf eine Roadmap der Test-Suits ein und mehr im Detail dann noch auf die beiden Test-Suits für OGC-API-Features und Geo-Tiff. Richtig, ich arbeite seit 2012 bei LATLONG. Unser Hauptarbeitsfeld sind OGC-Standards. Wir arbeiten sehr viel im Degree. Ja, seit 2017 sind wir Manager der OGC-Validation-Tools. Hier sieht man, das sind ein paar Screenshots. Hier sieht man rechts die Web-Oberfläche der Team-Engine. Links dann ein Capabilities-Dokument vom VFS. Also dieses Dokument könnte man, oder nicht das Dokument, den kompletten Dienst, der dahinter steckt, könnte man beispielsweise mit der Team-Engine validieren, ob die Implementierung des VFS dem OGC-Standard entspricht. Ja, was ist die Team-Engine? Die Team-Engine ist ein Test-Framework, was genutzt werden kann, um Services, Clients, Schemas und Daten zu validieren, ist in Java geschrieben. Es gibt einen GitHub-Account oder einen GitHub-Repository, wo der komplette Code liegt. Also das kann sich jeder angucken. Zudem befindet sich dort ein Issue-Tracker, der auch aktiv genutzt wird. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt oder Bug-Reports, kann der Issue-Tracker genutzt werden. Die Team-Engine führt Test-Suits aus, die entweder in der OGC-Compliance-Test-Language geschrieben sind, CTL, oder TestNG. Das ist ein Java-Framework. Ich muss dazu sagen, dass alle neuen Test-Suits in TestNG geschrieben sind. Das ist der modernere Ansatz. Es gibt ein Web-Browser-Interface, was man unten nochmal sieht. Das ist auch das häufig genutzte, würde ich sagen. Dann kommt ein Command-Chain-Interface, was wir jetzt persönlich nicht mehr so viel nutzen. Auch eine REST-API, um Tests halt in andere Software-Programme einzubinden. Nun komme ich zu den OGC-Test-Suits. Das OGC bietet über 40 Test-Suits für die Team-Engine an. Der Code aller Test-Suits kann auch auf GitHub gefunden werden unter der Organisation OpenGeospatial. Richtig, nochmal, es gibt halt die beiden Programmiersprachen für die Test-Suits. Ältere Test-Suits, CTL, neue Test-Suits, TestNG. Hier sind einfach mal drei Beispiele für existierende Test-Suits. Zum Beispiel WFS 1.1 von WFS 2.0 für WMS 1.3. Man sieht, jede Test-Suit hat ihr eigenes Repository. Kann einzeln aufgerufen werden und hat auch ein eigenes Wiki, einen eigenen Issue-Tracker, was wir alles aktiv nutzen. Richtig, hier nochmal ein Screenshot von dem WFS 1.1 Issue-Tracker. So, jetzt möchte ich euch kurz vorstellen, wie so eine Test-Ausführung aussieht. Das ist jetzt das Web-Interface der Team-Engine. Man loggt sich für das erste ein, wählt dann einen Test-Suit aus. In dem Fall haben wir den WFS 2.0 ausgewählt. Klickt auf Start New Session. Dann kann man auf dem nächsten Screen vor allem sein, das Capabilities-Dokument angeben. Das habe ich hier mal exemplarisch gemacht. Kann noch verschiedene weitere Angaben machen. Also, es hängt dann auch ein bisschen von der Test-Suite ab. Dann klickt man auf Start unten links und sieht dann dieses Zahnrad-Symbol. Dann werden die Tests ausgeführt. Das dauert einen Moment. Und am Ende kriegt man dann so einen Test-Report, der einem sagt, welche Tests bestanden wurden, welche nicht. Wenn halt alle bestanden wurden, ist die Implementierung Compliance in dem Standard. Beziehungsweise, wenn alle wichtigen Tests bestanden wurden. Das OGC hostet auch eine Installation der Team-Engine. Da sieht man den Link. Diese Instanz kann genutzt werden, um Implementierung als OGC-Compliant zu zertifizieren. Oder, falls man Referenz-Implementierung werden möchte, kann man seine Referenz-Implementierung dort auch zertifizieren. Eine etwas neuere Sache ist, dass wir Docker-Images unterstützen. Oder Docker unterstützen, auch Docker-Images von Test-Suits erstellen. Wir haben dafür ein Repository auf Docker Hub erstellt, wo ihr verschiedene Images verschiedensten Test-Suits findet. Also ihr seid jetzt auch herzlich eingeladen, da mal zu gucken und einfach mal euch ein paar Images zu ziehen. Richtig, OS-Geo-Graduation. Also die Team-Engine ist aktuell in der Inkubationsphase. Wir wollen aber auch ein volles OS-Geo-Projekt werden. Deswegen stehen wir gerade in Kontakt mit der OS-Geo-Community, um die letzten offenen Aufgaben zu lösen. Wir haben eine Wiki-Seite dazu erstellt und auch ein Issue. Und haben für jede offene Aufgabe ein Issue-Tracker, ein Issue-Tracker, ein Issue angelegt, den mit OS-Geo-Graduation gekennzeichnet. Das heißt, ja, diese, da sind auch sieben oder acht Aufgaben müssen gelöst werden. Dann wird die Team-Engine auch bald ein volles OS-Geo-Projekt. Nun komme ich zur aktuellen Entwicklung der Team-Engine. Aktuell wird, oder Version 5.4 ist die aktuelle Version. Wir sind gerade dabei, 5.5 zu entwickeln. Bisher besteht diese aber hauptsächlich aus Plug-Fixes. Aktualisierung von Abhängigkeiten, die Oberfläche wird teilweise verbessert. Man kann auch eine Liste in diesem GitHub-Milestone sehen. Aber aktuell ist es geplant, Ende des Jahres ein neues Release rauszubringen, weil bisher noch keine größeren Features dabei sind. Bei den Test-Suits sieht es ganz anders aus. Wir haben uns in den letzten Monaten vor allem auf zwei Test-Suits fokussiert. Die OGC-API-Features und die GML-JPEG-2000-Test-Suits. Beide Test-Suits, für beide Test-Suits haben wir alle Bugs gefixt. Ja, auf der Beta-Umgebung des OGC, richtig sieht man den Link, eine neue Version installiert. Und richtig sind jetzt im Prinzip einen Status, dass diese beiden Test-Suits auch bald produktiv geschaltet werden. Also auf der produktiven Team-Engine-Instanz des OGC. Auch wurde viel in der Geo-Tiff-Test-Suit entwickelt. Die ist aber noch nicht ganz soweit. Dazu sage ich aber nachher noch mehr. Nun komme ich zu dem Roadmap der OGC-Test-Suits. Also es geht jetzt vor allem darum, welche Test-Suits sind neu und welche wird es in naher Zukunft geben. Hier sieht man halt, im ersten Quartal 2020 wollen wir die OGC-API-Features-Part1-Core-Test-Suit nach Produktion bringen, die GML-JPIC-2000. Beides ist geschehen. Also die Test-Suits sind fertig und werden jetzt in den nächsten Wochen wirklich auch nach Produktion verschoben. Im nächsten Quartal werden wir uns dann vor allem auf Test-Suits konzentrieren, die sich mit Sensor-Standards beschäftigen, also O&M, SWE-Common und Sensor-ML. Richtig, das sind die Test-Suits, die für das zweite Quartal markiert sind. Danach, das ist noch ein bisschen mehr in der Zukunft, kommt dann auch höchstwahrscheinlich die Geo-Tiff-Test-Suit, CDB, eine WPS-Test-Suit, obwohl die jetzt auch gerade noch in der heißen Entwicklungsphase ist, kann sich auch noch ein bisschen nach hinten verschieben. Oder bei US-Context und KML, richtig. Bei den beiden kann man es auch noch nicht so ganz genau absehen. Also ich würde sagen, CDB und Geo-Tiff sind dann auf jeden Fall die nächsten Test-Suits, die komplett, also die abgeschlossen werden. Ja, nun möchte ich ein bisschen mehr auf die OGC API Features Test-Suite eingehen. Ja, da erstmal erzähle ich ein bisschen was über den Standard. Der OGC API Features Standard ist ein offizieller OGC-Standard seit Oktober letzten Jahres. Richtig, man kann auch sich die Standard-Dokumente unter folgender URL runterladen. Auch gibt es ein Jitter-Repository für den Standard. Das bedeutet, dass der Standard, also dass der Standard zusammen mit der Öffentlichkeit entwickelt wurde. Also jeder konnte verfolgen, was hat sich verändert, welche Pull-Requests wurden gestellt, was wurde in den Issues diskutiert. Und es ist auch möglich, für die Öffentlichkeit sich zu beteiligen, indem man zum Beispiel Fragen oder Fehler für Issue meldet. Ja, was ist die OGC API Features? Also was ist das für ein Standard? Früher, also noch, wie lange ist das her? Ja, würde ich sagen, wurde ja noch WFS 3.0 genannt, der Standard. Hat sich dann aber von dem Namen verabschiedet, da die OGC API Features im Prinzip ein kompletter Rewrite für den Standard der Features im Internet-Interface anbietet. Hat also im Prinzip, außer dass es sich um Features handelt, nichts mehr mit dem WFS zu tun. Richtig, der Hauptunterschied ist, dass mehr Industriestandards genutzt werden, als OGC-spezifische Merkmale. Richtig, das heißt, es wurde sich wirklich von dieser ganzen WFS-Logik etwas verabschiedet und mehr zu einem RESTful-Ansatz gegangen. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Spezifikation modellar aufgebaut ist. Das heißt, der erste Teil, der schon erschienen ist, oder der schon veröffentlicht wurde, heißt Core. Und bietet halt ein sinnvolles Interface zum Abrufen von Features an. Alle anderen Erweiterungen werden in separaten Standards veröffentlicht. Dazu gehören dann zum Beispiel Transaktionen oder Koordinatensysteme, Koordinatenreferenzsysteme. Richtig, wie ich eben schon sagte, ist der REST-Ansatz der Kern des Standards. Die API wird auch nicht mehr durch ein Capabilities-Dokument beschrieben, sondern durch ein Open-API-Dokument, was ja auch ein Standard ist. Also auch außerhalb des Geo-Umfelds. Zudem gibt es auch kein, bei den Encodings, kein, ist nicht mehr vorgeschrieben, welches Encoding man nutzen muss. Früher war es ja im Prinzip bei jedem OGC-Standard GML. Nun ist es dem Entwickler mehr oder weniger freigestellt. Es werden aber die Encodings JSON, HTML und GML empfohlen. Und man muss auch sagen, dass jetzt die meisten Implementierungen zunächst das JSON-Encoding implementieren. Richtig, nun komme ich zur Validierung des neuen Standards, also der Test-Suite. Latlon hat mit der Entwicklung der Test-Suite begonnen im Rahmen vom Testbed 14 Compliance Thread. Die Test-Suite wurde kompletten TestNG geschrieben, kann natürlich mit der Team-Engine ausgeführt werden und orientiert sich an der Abstract-Test-Suite, die in der Spezifikation hinterlegt ist. Das heißt, wir haben wirklich die Spezifikation genommen und uns die Abstract-Test-Suite durchgelesen, daran die Test-Suite implementiert. Die Test-Suite befindet sich auch auf GitHub, also der komplette Code, die dann mit Issue-Tracker, der aktiv genutzt wird. Und es gibt auch eine Dokumentationsseite auf GitHub.io. Ja, die Test-Suite hat ein paar Besonderheiten im Gegensatz zu älteren Test-Suits. Zum einen ist natürlich dieser RESTful-Ansatz ein neuer Ansatz, der bisher von wenigen Standards verwendet wurde. Das heißt, wir haben uns hier neue Konzepte bei der Implementierung ausgedacht. Zudem ist die Test-Suite nicht datenabhängig. Also man kann jeden beliebigen Dienst mit ihr testen. Das ist bei vielen älteren Test-Suits auch nicht der Fall. Richtig, zwei Voraussetzungen sind noch, dass die Test-Suite OpenAPI 3.0, äh, dass der getestete Dienst OpenAPI 3.0 nutzt und das JSON-Encoding. Die, ja, Kernspezifikation definiert die, eine Core-Conformance-Klasse. Das ist die, oder diese Conformance-Klasse deckt alles ab, was die Test-Suite zwingend erfüllen muss, äh, also was die Implementierung zwingend erfüllen muss, um Compliance zu sein. Das heißt, dort werden alle, ja, wichtigen Anforderungen an einen OGC-API-Features-Dienst, äh, verliert. Und diese Conformance-Klasse wird auch komplett abgedeckt durch die Test-Suite. Es gibt noch ein paar optionale Conformance-Klassen in der Spezifikation, die jetzt aber explizit nicht durch die Test-Suite abgedeckt werden. Ja, also diese Conformance-Klassen beziehen sich dann jeweils auf die drei Encodings, also HTML, JSON und GML und auf OpenAPI 3.0. Ähm, ja, der aktuelle, äh, Stand ist, äh, dass die, ja, das letzte Release, was ja auch bei einer Produktion wandert, auf dem OGC-Bettern-Umgebung installiert ist. Hier könnt ihr euch, äh, das ansehend auch direkten Account stellen, doch die Test-Suite ausprobieren. Also es kostet nichts, es ist komplett, äh, frei. Ähm, man kann die Test-Suite aber natürlich auch, äh, selber bauen, äh, aus der IDE ausführen, äh, mit der Kommandozeile oder auch Docker. Da gibt es so ein paar Anleitungen, äh, auf GitHub, wie man das machen kann. Richtig, ich habe jetzt hier nochmal den, ähm, da will ich die Test-Suite ja auch nach, äh, Docker hart hochschieben, äh, habe ich hier einfach mal einen simplen Befehl, den, äh, aufgeschrieben, mit dem man die, ähm, Test-Suite sofort runterladen, installieren und starten kann. Also wenn ihr Docker auf eurem Rechner habt, könnt ihr gerne den Befehl, äh, ausführen. Und hättet sofort, äh, eine, ähm, ja, die ausführbare Test-Suite laufen auf eurem, äh, eigenen PC. Ähm. Ich nehme hier nochmal die, äh, bitte, falls ihr, äh, irgendwelche, äh, äh, Fragen oder Ideen habt, oder euch irgendwelche Fehler auffallen bei der Nutzung der Test-Suite, könnt ihr gerne den, äh, Issue-Tracker, der auf GitHub nutzen. Also wir freuen uns glücklich über jedes Feedback. So, nun komme ich zu Geo-Tiff. Das wird auch ein bisschen kürzer. Ich bin ja, ja, zwei Minuten habe ich noch, ähm, ähm, also ich hatte gehofft, dass ich einen Vortrag eingereicht habe, dass die Geo-Tiff-Test-Suite schon weiter ist, wenn ich den Vortrag halte, ähm, richtig, bisher ist sie aber wirklich noch im, äh, in, äh, oder in der Entwicklung die Test-Suite. Ja, Geo-Tiff, äh, ist seit, äh, Ende 2019 ein offizieller OGC-Standard, wie auch schon bei OGC-FBI-Features, äh, richtig, wenn die Standard-Dokumente sich runterladen und auch dieser Standard wurde, äh, wir, oder in einem JIT-Tab-Repository erstellt. Richtig, das Gleiche gilt für die Test-Suite, auch diese wurde, wird innerhalb eines JIT-Tab-Repositories, äh, aber, wie gesagt, ist sie noch, äh, mitten in der Entwicklung, äh, ich habe jetzt mit den Verantwortlichen gesprochen, also die ersten Tests wurden ausgeführt, sah auch alles gut aus, aber bisher wurde noch kein Release erstellt und, äh, deswegen wurde auch noch keine, äh, klar, kein Release irgendwo installiert und es gibt auch noch kein Docker-Image. Das heißt, wenn ihr euch die mal anschauen wollt, müsst ihr wirklich, äh, auf die, äh, in das, äh, JIT-Tab-Repository direkt gehen und, äh, müsst euch, ja, im Prinzip die Test-Suite dort selber bauen. könnt aber auch im, äh, Issue-Tracker, äh, nachschauen, äh, was passiert dort gerade, könnt ihr dort auch Fragen stellen, klar. Ähm, so, das ist noch ein genereller Aufruf, also das ist vom OGC vor allem auch, ähm, es werden immer Leute gesucht, äh, die eine Test-Suite, äh, oder die ein Test-Lead für eine Test-Suite, äh, werden sollen. Das bedeutet, dass man, äh, ja, sich ein bisschen technisch in so eine Test-Suite einarbeiten kann oder sollte, aber sich auch mit der Spezifikation auskennt. Das heißt, wenn ihr, äh, Interesse habt, äh, irgendwie enger mit so einer Test-Suite zusammenarbeiten oder sogar zu helfen, eine Test-Suite weiterzuentwickeln oder, äh, zu pflegen, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. So, ich würde uns sehr freuen. Ähm, ja, das war's von meiner Seite. Gibt's irgendwelche Fragen oder Kommentare? Erstmal gibt's einen Applaus. Und jetzt kommen die Fragen. Vielen Dank. Gibt's Fragen aus dem Publikum? Sieht nicht so aus. Wir können noch mal warten. Ich hätte sonst mal eine, so einen Test, wie kann man sich das konkret vorstellen? Also was, was genau testet ihr da? Was würde man für einen Test schreiben, wenn man euch einen Test schicken würde? Ähm, also es sind alles Tests, äh, die mit OGC-Spezifikationen zusammenhängen. Das heißt, man sucht sich eine Spezifikation aus, zum Beispiel die GeoTip-Spezifikation. Ähm, richtig schreibt die Test-Suite und heute, die dann einen GeoTip haben, ähm, also sie haben einen Standard. Ich höre mich jetzt ein bisschen, mein eigenes Echo gerade. Ja, ich glaube jetzt besser. Ähm, auf jeden Fall, wenn man, ähm, richtig, ähm, dann halt ein GeoTip erstellt hat, ähm, kann man mit dieser Test-Suite, äh, gucken, entspricht das erstellte GeoTip auch zu 100% äh, dem Standard, den das OGC veröffentlicht hat. Okay, eine Frage aus dem Publikum kommt. Das ist jetzt nicht OGC, äh, 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 wie ist es mit Inspire, äh, äh, Features teilweise oder mit, äh, äh, Inspire-Konformität, äh, lässt sich das integrieren zumindest, äh, äh, gibt es da andere Tools für, die man vielleicht parallel nutzen könnte oder sollte? Also leider, aber die Tonqualität gerade sehr schlecht mit dem Spire und ähnlicher Ort. Also, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Oder ist das schon die Frage? Meine Frage ging, äh, in Richtung Inspire-Konformität, ob es da auch entsprechende Toolsets gibt, äh, die man vielleicht integrieren kann oder wo man das gemeinschaftlich zusammentesten kann oder sowas, weil hier bezieht sich es ja erstmal nur auf die OGC-Standards, ähm, Inspire ist eventuell noch um extra was zu testen? Ach so, ja, ach so, jetzt habe ich die Frage auch gefragt. Ähm, ja, also man, äh, also, richtig generell beziehen sich alle Test-Suits erstmal nur auf die OGC-Standards, aber, ähm, das JRC hat auch selber äh, Validatoren geschrieben, die, äh, die, äh, halt die Inspire-Richtlinien prüfen. also da gibt's noch weitere, äh, Test-Suits. Diese Test-Suits bauen aber meistens auf den OGC-Test-Suits auf, also das heißt, die nutzen dann die von uns entwickelten Test-Suits, äh, führen die innerhalb, ja, der neuen Inzweier-Test-Suits aus und richtig, aber erweitern dann im Prinzip die Tests um Inzweier- spezifische, äh, Kriterien. Gut, Zeit für eine ganz kurze Frage hätten wir noch. Sieht nicht so aus. Dann nochmal vielen Dank für den Vortrag und alles Gute zu euch. Tschüss, tschüss. Ja, sehr schön. Applaus Tschüss. Jourst của Bord 的 Hochs hochs Bord